Hey Freunde, was geht ab? Hier ist euer Jeffrey. Ich hoffe es geht euch gut. Heute möchte ich ausprobieren, ob Schleim furzen kann. Was muss schnell tun denn mit meiner Kamera der Akku ist aus? Mann, oh Mann. Oh mein Gott, das wäre ja cool. Johnny hatte recht, Schleim kann wirklich furzen. Oh mein Gott, das ist ja echt cool. Oh mein Gott, das ist ja cool.